Stellt euch mal vor, Winnie the Pooh und Bambi würden sich wie Freddy vs. Jason gegenseitig versuchen ans Leder zu gehen. Oder würden gemeinsam Teenies jagen. Laut einem Report von THR kann sich Rhys-Fran Waterfield genau das vorstellen und scheint konkrete Pläne auszuarbeiten. Obwohl Winnie the Pooh Blood & Honey erst am 15.02. in den Kinos erscheint, hat der Regisseur und Autor schon einige Gedankenspiele im Kopf. Er kann sich dabei sogar ein Shared Universe wie im MCU-Stil vorstellen, inklusive Crossover-Filme. Dabei sind zwei Ideen wohl schon etwas ausgereifter. Waterfield würde sich als nächstes gerne Peter Pan und Bambi vornehmen. Beim fliegenden Jungen soll der Titel dann Peter Pans Neverland Nightmare heißen. Die dann hoffentlich blutige Neuinterpretation des Klassikers soll Tinkerbell im Drogenrausch im Mittelpunkt haben. Der zweite Film würde dann Bambi The Reckoning lauten und aus dem lieben kleinen Hirsch eine irre Killermaschine machen. Wer weiß, was Waterfield noch alles vorhat, sollte sein erster Streifen ein Erfolg und aus der Idee Realität werden. Und jetzt frage ich euch, liebe Toasties. Hättet ihr Lust auf ein X-Rated Universe bekannter und weniger bekannter Märchenfiguren? Wer darf dabei eurer Meinung nach nicht fehlen? Lasst uns gerne eure Meinung hier und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Weißt du auch was, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.